Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Führer vom Let's Play OpenSea 2 Open New Simulator Wir befinden uns heute auf der Karte Wien 23A im Jahre 2005 und davor Ähm, ja Wir fahren die 23A, wer hättest es gedacht? Auf der 23A Karte mit dem Hermi Hallo und dem Tarek Echt? Auf meinem Kanal? Verrückt Hab ich mal gehört Ja, ne? Und ähm, ja Ich hab mir gedacht, ich fahr den ganz alten Bus Weil der Herr mir den ganz neuen Bus fährt Also voll neu Ja, ganz neu ist jetzt relativ Ja Sogar auch bei dem Bus ist es so, dass du In der Rückenlehne sitzt, naja So Hör mal Das rein So, und jetzt das Rollbandgerät bedienen Ähm 24 war's glaub ich, ne? Jo Ich fahr schon mal vor zur Startleitestelle Oh, eine Straßenbahn Möchtest du fahren? Ja Ja Möchtest du noch kurz Wetter einstellen? Halt Ich bin jetzt hier einfach mal so eine halblegale Runde gefahren Schicht, stopp Hab ich gemacht Können wir weiterfahren Was ist denn eine halblegale Runde? Naja, hinter dem Bahnhof dort gibt's so'n Fußgängerweg, den man mit dem Bus langfahren kann Alter Halt's ab Äh, wo? Ach, hier vorne Was machst du? Äh, das war dran vorbei Oh, hier will die ganze Menschheit rein Na ja, momentan, ich fahr mal ganz kurz nach rechts Oh Die Karre wir voll überm Bordstein Äh, wir halten hier So Erstmal Handbremse, alles rein Tja, Zielfolge 1, Hausfaltstraße Dann Kredit 2 Dann Die 1 Lenkrad ausblenden Eingabe in 4 Minuten Automatische Ansagen an Freigabe rein Und gib ihm Grüß sie Ja, hallo Ja, auch hallo Oh, da war's gerade Ziel 22 wär's gewesen, nein 22? Ach, das Ziel Versuchst du noch verzweifelt das Ziel einzustellen? Warum schildert mein Bus Hirststätten am Heidi Jöchel? Weil das damals, äh, so war Ach stimmt, Hausfaltstraße Hirststätten, Tatsache Hirststätten am Heidi Jöchel Jöchel Umstreifen zu Linie 24 A In Richtung Invalidensiedlung Nein, ich hab's kaputt gemacht Tja So, jetzt hab ich's wieder heilig gemacht Ähm Was macht der Kinder Anfahrsperrer, nice Komisches Gehät Können wir hier nur machen Doch, Leuchter, Heizung, Nebelleuchte Einfach so rumklicken Äh Hm Ah je Ah je Man muss dazu sagen, da werden sie in der Vorproduktion befinden Wie wir das jetzt im Prinzip am Montag direkt nach dem Livestream auf Ja Ich sage das zu unserer Verteidigung, also sprich wir sind ein bisschen durch, wobei es geht Ich habe gerade Gladbeck gespielt Ich bin komplett durch Ich wollte ihn davon abbringen, aber Ihr hattest ja nett, qualt Aber wie viel FPS hast denn du? Ich hab 16 18 Manchmal auch nur 17 15,9 gemittelt, alter Was hab ich gemittelt? Oh, ich gucken Hab ich hier ein Fahrplan rausgeworfen, ja Gemittelt habe ich 18,2 Naja, ich hab keine Aufnahmen, äh, Aufrufen Oh, jetzt kommt ja auch noch eine Straßenbahn eingefahren, das ist nicht zu förderlich Zudem habe ich zwei Spiegel im Sichtfeld Zudem habe ich zwei Spiegel im Sichtfeld Warum habe ich keine Straßenbahn? Weiß nicht, aber ich hau schon mal ab Es war noch nur 4, aber ich hau schon mal ab Nein, nicht steigen, das ist krass Was ist denn jetzt, seit ich steigen, das ist krass? Ja, aber meine hat schon vorgeschalten, ohne dass ich losgefahren bin Der schießt doch nicht ganz noch ein Moorlicht ist Finden's mal das Muss ich ja irgendwann immer noch schlagen für das, dass du gestern abgezogen hast, ne? Gestern? Ja Wo du mich mit meiner hohe, hochtiefen Stimme verarscht hast Ich weiß gar nicht, was du hast Spast So ein Spast Kleiner Kackspast Hä, Kreigasse, bist du behindert? Was hat er denn für Probleme hier? Steigen, Teschgasse, umsteigen zur Linie 94A Schön, die manuelle Technik funktioniert Ja, die automatisch scheiße funktioniert Hat man hier auf den Taster gedrückt und schon hast du weitergeschaltet Er könnte sich ja mal selber berichtigen, oder? Das kriegt er schon dann hin, ne? Nicht Kreigasse, Steigentaschgasse Ja, grüß euch auch Wie geht das Zeug? Wie geht denn das hier? Kann man denn da? Oh, ich komm echt gut vom Fleck, also irgendwie besser vom Fleck als mit dieser anderen Kamera Komische Niederflogen Wir tun wieder die Ansage zweimal ab Naja, jetzt sind wir jetzt am richtigen Dings Buspunkt Dafür hab ich ne Fahrerklima Wollt grad sagen, ich im Russen-Klima war, ne Tür geht leider nicht auf Naja, Russen-Klima sind nur Fenster Heavy-Russen-Klima ist mit Tür auf Toll, jetzt bin ich über die Ampel hier nicht rübergekommen Weil die 31a vor dem Staus stehen Rübergekommen Oh Naja Sammeln wir halt ein wenig Verspätung Dieser Bus ist so laut, alter Das ist wirklich richtig, das Und hat Kackbremsen Nö, der NG fährt sich ganz entspannt Macht die glaub ich mal hier Rumsigeräusche leiser Ist jetzt nicht der schnellste, aber Ne, das ist der NG wirklich nicht Naja, ne, man nimmt was man kriege kann Selbst mein Bus geht hier irgendwie besser vom Fleck Ja, dort stimm wohl Wobei hat das CNG nicht an sich irgendwie nicht so Richtig aus dem Quark zu kommen Ich weiß es nicht Ja, gut macht ja, würde ja eigentlich eher weniger Sinn machen, weil Keine Ahnung Toll, jetzt habe ich echt zwei Ampelphasen hier verstanden Jetzt stehe ich in der zweiten Ampelphasen So, wir können der Verspätung beim Wachsen zugucken Wie groß ist es momentan? Plus zwei, naja, geht ja Kann man ja noch ausfahren Ich habe minus ein vier Was? Ich habe plus zwei, Komma fünf Katane Platz, kurz strecken, keine Zeit Wo bist denn du? An der ersten Ampel Und nicht in meiner Steigentestgasse Nein Ich stehe da jetzt gerade die zweite Ampelphase, weil sich die Autos verfranst haben Folglich ist der Bus vor mir nicht rübergekommen und wenn der nicht rüberkommt, komme ich logischerweise auch nicht rüber Ja, ich stehe schon seit Paar Sekündchen am Kargeraner Platz Und schill hier bis hin Bis hin schillen Schillen Grüße gehen raus an GSG Ich glaube, du guckst das nicht Grüße gehen draußen raus Sollte jetzt gucken, dann freut er sich Oh, ich komme von der Ampel weg mit dem Mit plus drei, drei Juhu Oh, haben wir mittlerweile 0,0 Nee, immer noch 0,3 zu früh Wow Ahne, ohne Probleme möchte ich haben Schwierig Kann halt nur einer so eine Premium Bitch sein wie ich Du wirst, jetzt fallen doch welche mit Du wirst, jetzt fallen doch welche mit Tack Oh, mein Handy ist vollgeladen vom Akku her Von der Akku her, weißt du Tja Graigasse Graigasse Gutschstrecken Grenze Nee, umsteigen zur Linie 24a in Richtung Invalidensiedlung. Ah je. Kerkrainer Platz, kurzstrecken Grenze. Ich weiß ja nicht, warum man hier erst in die 24a umsteigen sollte. Man kann doch auch auf dem ganzen anderen Weg schon mit der 24a fahren. Nimmt sich doch nicht viel. Ja, falls du es dir dann nochmal überlegt hast. Ja, ist schon klar. Die Schienen würden mich nicht runterlassen von sich. Die Schienen würden mich nicht runterlassen von sich. Ich bin jetzt am Kerkrainer Platz. Hier steigt die halbe Menschheit ein. Sprich, bei der Türsteuerung dauert das Gefühl Jahre. Ja, bis der mal erkennt, dass da keiner mehr in der Lichtschranke steht, ne? Ja, ich habe jetzt plus 1,8. Mal gucken, wann ich hier weg bin. Ne, mit plus 1,7 bin ich angekommen. Ja, ich habe jetzt minus 0,2. Ich will. Ah, ne? Jetzt haben wir...